Jo Leute und willkommen zu einem neuen Video wo mit dabei sind heute Canway Gaming und Daniel Knopp und The Neues. The Neues ist natürlich unter der Kamera und wir stellen euch heute unsere Top Spiele der E3 vor. Das erste Spiel fängt Canway Gaming an. Das erste Spiel ist natürlich, auf was ich unheimlich warte ist Assassin's Creed Origins. Was mir besonders an dieses Spiel gefällt ist der Erkannstil. Der Erkannstil ist nicht mehr so wie bei den anderen, sondern frei. Alle gehen gleichzeitig an und natürlich haben wir früher immer mit Schultern und Vierecktasten gekämpft. Also drei oder Vierecktasten. Diesmal sind es Schultern, also wie bei Dark Souls. Wir haben die Kanzli von Dark Souls genommen. Wir spielen wie ein Gladiator, Schwerter, Schilder. Wir haben eine Drohnenfunktion und zwar so ein Adler, Senu heißt er. Wir spielen den Assassin Vajag. Eigentlich sollte er so ein Sklave sein, der nicht kaum reden kann. Aber die haben uns irgendwie wieder geändert. Auch hier heißt es jetzt, weil es der Ursprung der Assassinenbruderschaft ist. Die allerersten Assassinen. Was natürlich im Zeltal von Ägypten spielt. Wenn der Hüsten mag. Dann natürlich noch richtig geil. Wir haben einen Bogen wieder. Wir können wieder schön mit Bogen. Lieber mit Conner. Wir können mit Boot fahren. Wieder tauchen können wir richtig. Diesmal vorher war ja immer nur so flach. Ganz flach unter dem Wasser. Diesmal können wir richtig tief. Wir haben einen Tag-Nacht-Zyklus. Also nachts gehen Leute schlafen oder arbeiten. Morgen stehen welche auf oder gehen schlafen. Das ist richtig Hammer. Richtig realistisch nehmen die auch das alles. Und ja, das nächste Spiel kommt jetzt. Ja, das nächste Spiel ist God of Roar. Und das Gameplay sieht richtig gut aus. Kratos hat jetzt eine Axt. Und es sind noch andere Waffen. Genauso wie in den Vorgängern. Und ja, ich habe ja schon mal eine News-Folge gemacht über God of Roar. Über den Sohn oder Sohn von Kratos. Wie er heißt. Den Namen weiß ich jetzt nicht mehr. Und ja, ich freue mich echt mega auf God of Roar. Liegen natürlich noch die Gameplays nicht mehr da rund. Und der Release zu dem Spiel ist noch nicht bekannt. Also ich habe gelesen, dass es im Frühjahr 2018 rauskommen soll. Das heißt irgendwann vielleicht Januar, Februar, März. Oder halt im Sommer oder so. Und ja, ich freue mich auf das Spiel. Und jetzt mit dem nächsten Spiel Daniel Knopp. Ja, das nächste Spiel ist Pokémon Tournament. Und ja, es ist auf jeden Fall eine Kombi aus Pokémon und Tekken. Da gab es ja schon mal eine Vorversion für die Wii U. Und man kann auch sagen, in diesem Spiel wird es auf jeden Fall wieder Action geladen. Viele Charaktere haben wir dabei. Und ja, viele interessante Kämpfe. Das Spiel erscheint am 22. September. Und es ist auf jeden Fall denke ich mal ein Titel, auf den wir uns freuen können, weil das Spiel davor Tekken auch schon krass war. Besonders für alle Pokémon-Fans natürlich. Ja Ja, es hier wahr? Ja, ja, ja... Jaa! Es wird natürlich Star Wars��다 von 2 geht es drum. Ja, David Kranos sind neben den Hauptgeschichten von Star Wars. Von Episode 1 bis Episode 7 Es gibt neue Helden und neue Schurken. Darf Maul ist der eine der Schurken, der Neue. Ähm... Und natürlich die Kotherm Logik. den ich über alles hasse, ist natürlich auch mit drin und man sieht auf wen ich mich am meisten freue, ist natürlich Way die diesmal Anakin, die zwei Skywalkers, bei uns Lichtschwert benutzt dann noch Yoda, kann man natürlich auch mit einem kleinen grünen Zwerg Gameplay sieht dann natürlich auch nochmal ein paar Sachen Ja, der Release natürlich ist am 17.11.2017 ich freue mich mega gut drauf, ich werde es mir natürlich auch vorbestellen So, das war's, so jetzt kommen wir zu... Far Cry 5 Ja, Far Cry 5 wurde vorgestellt auf der E3 und ja, das ganze Spiel spielt jetzt so christliche Sachen so wie bei Outlast 2 ist wieder ein Ego-Shooter und hat neuen Charakter, wo ich den Namen nicht weiß und das ganze Spiel kommt nächstes Jahr raus im Februar, am 27. Februar 2018 Ja, Freunde, jetzt kommen wir natürlich zu einem Spiel, was ich beziehungsweise auch sehr auf mich, auf was ich mich natürlich mega drüber freue Es war mit der Schatten des Krieges, die natürlich die Vorzeuge von Lea de Moor, Schatten Am Ende des ersten Teils natürlich sind wir in den Berg, in den Vulkan zu einem Berg gegangen, wo Sauron natürlich den ersten Film geschmiedet hat Diesmal haben wir ihn geschmiedet, der sieht sogar noch besser aus Wir spielen natürlich wie Atalion und Clemenimboa, Clemenimboa, den Geist, äh... Diesmal Sauron ist der dunkle Herrscher, wir sind der helle Herrscher Wir... Sauron hat seine eigene Armee aufgestellt Diesmal können wir natürlich auch unsere eigene Armee aufstellen Wir haben neue Fähigkeiten Wir können ähm... Wir können ähm... Mit Bogen, natürlich den Geisterbogen, wie er bei uns geblieben dabei, letztendlich teleportieren Wir können böse Orks auf unsere Seite ziehen Äh... Wir haben eine neue... Noch eine neue neue Begleiterin sozusagen Und dann war aktuell auch Beziehungsweise im Gapel noch mit drin Die Frau, die irgendwie eine Assassine ist Beziehungsweise äh... Und ja... Der Krieg, Sauron ist zurückgekehrt Der Krieg zwischen Mitte Erde geht natürlich auch in der Zeit auch wieder weiter Zwischen den hellen Herrscher und den dunklen Herrscher Ich bin natürlich auf der Seite So... Der Release ist am... 22.08.2017, Freunde Ähm... Natürlich steht das im Gapel hier natürlich drin So... Jetzt nochmal Hallo von mir Ähm... Jetzt gehen wir sofort wieder weiter zum nächsten Spiel Und zwar Freue ich mich schon mega auf das Super Mario Odyssey für die Switch Und das werden wir beide vorstellen Also... Ich bin schon seit Jahren leidenschaftlicher Mario-Fan Und... Ich kann sagen, dass ich schon wirklich sehr gespannt bin auf dieses Spiel Dieses Spiel wird natürlich mit der neuen Switch-Grafik Ähm... Uns in verschiedene Welten... Äh... Einführen, sag ich mal so Also... Wir ähm... Komm in die reale Welt Wir besuchen verschiedene Settings Ja... Wir werden überrascht mit vielen neuen Mechaniken Unter anderem mit dem... Ich weiß gar nicht wie... Wie Cappy heißt der glaube ich Mit dem können wir uns ähm... Andere Gegner transformatieren Auch deren Fähigkeiten nutzen Und äh... Was ich ziemlich cool fand Ähm... Das seht ihr auch hier jetzt im Trailer Dass wir uns an Dinosaurier verwandeln können Äh... Da ich ja auch ein Dinosaurier-Fan bin Ähm... Ja also... Ich freu mich schon mega drauf So nun kommen wir zum nächsten Titel Mein absoluten Favorit Dieses Monster Hunter World Wow... Ich war da aufgeregt Es wurde da zur Playstation Konferenz vorgestellt Nicht wie gedacht zur Nintendo Konferenz Ich war ziemlich überrascht Das auf der Playstation Konferenz zu sehen Das heißt... Monster Hunter ist zurück auf der Playstation Und das äh... Coole noch dabei Es ist nicht für Playstation Sondern auch für Xbox One Und... Für den PC Großes Lob an dich Capcom An euch An dich Wie auch immer Ja... Monster Hunter World ist ähm... Quasi Monster Hunter 5 Das heißt ähm... Ein neuer... Neue Teil der Reihe Ähm... Monster Hunter Überrascht uns mit Atemberaubender Grafik Ähm... Neuem... Neuem äh... Gameplay System unter anderem Ähm... Dass man beim Reiten Was auch wieder dabei sein wird Dass man wenn man runterfliegt Ein Enterhaken hat Dass man sich wieder raufziehen kann Hier auch im Gameplay Trail zu sehen War auch ziemlich überraschend Es gibt hier natürlich neue Monster Man hat dieses Mal äh... Ein Open World System eingeführt Das heißt wir haben ein großes Gebiet Und ähm... Uns ist jetzt nicht mehr möglich Aus einem Gebiet zu fliehen Das heißt das Gebiet ist dynamisch Und endet nicht Das heißt äh... Wir können nicht aus dem Gebiet fliehen Und dann äh... Uns heilen Sondern müssen ständig Aufpassen auf unsere Monster Und ja wir haben ein Tracking System Das heißt wir können ähm... Im Gebiet Spuren suchen Und da Monster aufspielen Was ich auch ziemlich cool finde Und ja das Spiel soll im Frühjahr 2018 erscheinen PC ein bisschen später Ich freue mich schon wahnsinnig Als Monster Hunter Fan auf dieses Spiel Und wir kommen jetzt sofort zum nächsten Spiel Dies ist Code Wayne Code Wayne ähm... Man weiß ja noch nicht viel darüber Es ist von Bandai Namco produziert worden Ähm... Und dieses Spiel hat eine sehr interessante Düstere Atmosphäre Und ähm... Hat ähm... Hat äh... Anime Charaktere Das wird die Anime Fans sicherlich freuen An alle Autarkos da draußen Ähm... Es gibt Souls Combat Das ist der Grund warum ich das jetzt hier aufliste Weil ich mag äh... Dark Souls Combat sehr Ähm... Somit ähm... Werde ich äh... Code Wayne mir auf jeden Fall gönnen Und ihr könntest ja auch immer einen Trailer sehen im Hintergrund Äh... Äh... Ich freue mich schon sehr Ich kann leider nicht so viel dazu sagen Aber... Mich hat das Spiel rein äußerlich schon längst überzeugt Ja jetzt zum letzten äh... Spiel an diesem... In diesem Video und zwar ist es Anthem Ja Anthem war ähm... Auf der Xbox Konferenz angekündigt worden Wo auch die neue Konsole Xbox One X Vorgestellt wurde Ähm... Und ähm... Da wurde uns ein Spiel aufgezeigt Was äh... Erst... Auf den ersten Blick aussah wie Ein Destiny Klon Aber... Äh... Man hat uns überrascht Und zwar war... Es soll das... Man weiß eigentlich so gut wie gar nichts über das Spiel Also ich jedenfalls nicht Äh... Jedenfalls hat mich die Grafik sehr beeindruckt Ähm... 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 Die Atmosphäre und das man auch versucht hat Äh... Realistisches Wetter Und ähm... Ähm... Die Grafik so... Ich fände die Grafik umwerfend Wenn man es einfach mal betrachtet Ich glaube das ist einer der Äh... Gutaussehendsten Spiele Die ich je gesehen habe Und ähm... Ähm... Ja... Das ist einerseits der Grund warum ich Äh... Dieses Spiel mit in der Liste habe Und äh... Ja ihr könnt euch das Spiel einlesen Ich weiß nicht wann es erscheint Es soll aber um 2018 erscheinen Und ja das war's erstmal für heute Ich hoffe es hat euch gefallen Schreibt doch mal in die Kommentare Was eure Favoriten sind Ja und lasst auf jeden Fall Einen Daumen nach oben Für dieses Video da Wenn es euch gefallen hat Teilt es mit euren Freunden In sozialen Netzwerken Zeigt es ein Und... Ja und falls ihr da oben Schreibt in die Kommentare Aber auf was ihr euch freut Ja und... Ich hoffe ich habe nichts falsch gesagt Also... Falls ihr irgendwie noch Informationen habt Geht es uns gerne in die Kommentare Und schreibt uns Ja... Und schaut natürlich auf die Kanäle Daniel Danke boi Und dann weiß ich noch Vorbei Und natürlich auch mir Nein Nicht vergessen schreibt auf jeden Fall Wenn ihr möchtet auch in die Kommentare Ob wir mal wieder Ein Video zusammen machen sollen Wir hätten auf jeden Fall Glaub ich Bock Glauben Und dann das wars Ist das Schönen Tag noch Tschau 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 Tschau